Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Fortnite. Heute eine Solorunde oder mehrere Solorunden. Mal gucken wie wir jetzt hier gut abschneiden können. Ich hoffe auf einen Sieg, aber das hat man bei Gruppenkeile jetzt heute nicht vorgegeben. Wahrscheinlich gestern oder vorgestern kann gekommen sein. Ich werde das so alle zwei Tage machen, mal so ein Fortnite-Video und ja, mal sehen was wir halt so erreichen können. Wir landen hier natürlich wieder an Solty, um halt Leute abzufacken, die auch hier runter gehen und die mich abfacken wollen. Aber die meisten, manche werden halt natürlich Bots sein. Ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich dann auch machen. Also Questen natürlich ein bisschen erfüllen. Einige Questen werden ein bisschen schwierig sein, halt das mit einem Teamkollegen halt. Aber ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich hinkriegen, dass wir die heilen. Wir müssen wieder diesen Shotgun, ich hasse die. So, Medipack nehmen wir natürlich mit. So, irgendwas hackt hier gerade irgendwas auf. So, deswegen ist halt Solo einfach so genial. Genial. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Kram. Mich schaut gar nicht mehr nicht mit. Ich habe gerade im Haus noch eine Kiste gehört. Oh. Das Hände ist halt. Also, Solo ist es halt relativ simpel. Und das ist gut halt auch in Solo zum Beispiel, du wirst halt so gematcht, dass du deine eigenen Fähigkeiten hast. Das war hier, dann ist das auch einer. Oder hier unten. Oder er verduftet sich gleich wieder. Haben wir Granaten? Da war er gewesen. Oh. Oh, schade. War jetzt wieder einer besser gewesen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt wieder zurück. Wir hatten ja gerade die kleine Solo-Runde bei Salty. Ein paar haben wir gekriegt, aber nicht alle. Aber wir haben eine Aufgabe erfüllt. Das ist auch gut. Jetzt fliegen wir mal hier hin, um da noch Munitionskisten und Kisten zu öffnen. Gucken wir mal, wie schnell wir jetzt hier sind. Wir fliegen halt auch schon wieder einige mit. Wir gehen hier vorne hin. Wir sind halt relativ schnell unten. Ok, wir sind da hinten. Oh, wir sind da unten unter den ersten Schiff. So, ich bin da unten. Dann aber hier unten. Das ist ein Tower-Spielchen, ey. Einer war noch hier oben. Ich hoffe nicht da. Manche sind halt echt Bots. Die setzen halt einfach eine einfache Sache. Ich brauche kurz die. Wo ist denn hin? Man schießt selber wie so ein Bot. Hä, der Vater. Mal gucken ob hier eine Kiste ist. Ich hoffe es. Ja, aber eine war schon geöffnet. Oh, die liegt ein bisschen mundi. Das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall die. Oh, Alter. Der ging ja voll weit weg. Nein, nein, nein. Manche weichen da halt auch so extrem schnell aus. Aua, aua, aua. Da kommt noch einer. Da muss ich ganz schnell hochheilen. Hm, wo ist denn der? Ach. Ach. Da hab ich 20er Pärle noch gehabt. Das war an Lucky. Oh. Dann sehen wir uns auch wieder gleich in der nächsten Runde. Sind jetzt mehrere kleine Runden jetzt so. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, eigentlich wieder zurück. Wir kommen erst mal wieder zur weiteren kleinen Solo-Runde. Fliegen natürlich erst mal nach Lazy Lake. Um zu gucken ob da eventuell Action ist. Lüsste das eigentlich noch alles in einer Folge noch sein. Ich hoffe das klappt diesmal halt. Weil wenn nicht muss ich weiter halt mit Marinus Action aufnehmen. Muss ich gucken ob ich das irgendwie belösen kann mit OBS. Oh. Gleich auf der Suche nach Leuten. Die sind bestimmt so ein paar Leute gelandet. Oh. Ne. Weil. Ist egal ob da jetzt so eine blaue Shotgun ist oder so. Ähm. Ich komm mit dieser Waffe einfach nicht klar. Da komm ich mit dieser taktischen besser klar. Ähm. Ja ja meine Stimme. Ähm. Wie will mir irgendwas sagen, dass meine Stimme im Arsch ist? Mit. Heilkram ist eigentlich relativ okay. Mit. Miskar ist auch nicht schlecht. Ma ketten nur verlassen sein. Auch. Der war direkt hinter mir. Wollen wir mal einmal kurz gucken. Ja, dann wenn wir das jetzt halt so eine kurze Folge jetzt gucken wir mal jetzt irgendwie ein bisschen länger hinkriegen, halt mehrere Folgen. Ich sag mal so drei Runden ist okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.